Diese hier zum Kauf angebotene neue 3-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in Walluf. 2014 wurde das Mehrparteienhaus erbaut. Die Wohnung hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über einen Balkon und zwei Parkplätze. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Wohnfläche der Etagenwohnung liegt bei ca. 110 Quadratmetern. Der Kaufpreis der Immobilie beläuft sich auf 339.000 Euro. KP International beantwortet gerne Ihre Fragen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.